Leute, willkommen zurück zu Roblox Staffel 2, Folge 13, ja. Heute spielen wir wieder den Popcorn, die Popcorn Tycoon, seit, ja, noch nicht so langer Zeit. Aber, ja, eigentlich sollte ich jetzt ein Preis sein, aber egal. Wow, ich springe sehr hoch und ich explodiere. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, im letzten Part, jetzt werde ich den Dings zu... Im letzten Part haben wir auf jeden Fall ein paar seltene Maiskolben bekommen, nämlich einmal eine goldene, silberne und bronzer. Nee, andere sind, ja, nicht so gut, würde ich mal sagen. Ja, die nächsten acht kosten 800 irgendwas, äh, 880. Ja, dann gehen wir mal hier hin und, ja, 31, das ist schon ein bisschen wenig. Komm, machen wir mal ein bisschen sowas. Das reicht jetzt. Wir haben jetzt 35, sonst sollte ich jetzt ein bisschen schlech... Äh, besser schneller gehen, meine ich. Ein bisschen schneller gehen. Und, ja. Gut, na, ja. Da stehen, glaube ich, die Maiskolben, die ich bisher habe. Ja, ich bekomme ja eine neue heute. Das wird aber noch geladen. Na gut. Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Mache ich noch mal ein bisschen. Noch einmal so. 37 bekomme ich jetzt. Also, ich klicke die ganze Zeit auf. Also, eigentlich muss ich gar nicht klicken. Ich kann eigentlich jetzt schon die nächsten Maisdinger holen. Körner, sag ich jetzt einfach mal dazu. Und jetzt haben wir wieder 700. Dann können wir hier abgeben. Können wir warten, bis wir 880 haben. Und dann, machen wir ein bisschen leiser, können wir, ähm, die nächsten fünf Maiskolben kaufen. Genau. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Kann ich mir jetzt schon machen. Wann mal, ich gebe die kurz nochmal ab. Wir haben jetzt 1000. Und da. Der kauf die nächsten fünf Maiskolben. Ja, ich spare, glaube ich, nochmal 980. Ist jetzt nicht viel mehr. Da spare ich auf jeden Fall drauf. Hiervon wird es auf jeden Fall noch einen dritten Teil geben, weil das dauert ein bisschen hier. Ein bisschen was zu machen. Genau. Und, ja. Deswegen ein paar Parts wird es davon geben. Im nächsten Part wird, glaube ich, wieder Murder Mystery sein. Also, es wird wieder ein bisschen Murder Mystery Videos geben. Im nächsten Part wahrscheinlich. So, ne? Dann werde ich den Simulator zocken. Was für einen weiß ich noch nicht. Ich gucke mal. Ich tue mal raus, ob ich irgendeinen guten finde. Ne? Ich glaube, ich habe schon einen gefunden. Aber, seid gespannt. Seid gespannt. Und, gut. Dann haben wir hier. Gut. Können wir schon upgraden. Versuchen wir mal. Und, upgradet. Wir haben jetzt zwei Silberne, zwei Bronze und einen Basic. Sollte jetzt nochmal schneller gehen, hoffe ich. Ne? Also. Achso, es gibt einen Preis. Dann können wir uns noch ein. Ein. Eine Maiskolbe. Verdienen. Wenn wir hier hochgehen. Und. Da haben wir. Jetzt haben wir zwei Maiskolben. Ne? Ich kann jetzt mit Robux kaufen. Im nächsten, ähm. Fünf Korns. Also, im nächsten fünf Maiskolben können wir machen. Soll ich das machen? Ich glaube. Soll ich jetzt mal das hier machen? Das könnten sein. Also, ich glaube, ich mache das mal ein bisschen hier. So, jetzt noch einmal. Einmal. Ja, ich spare, glaube ich, mal wieder ein bisschen. So, jetzt haben wir ein 2.13. Jetzt ein 36. Aber. Dann kommst du die nächsten fünf Korn-Dinger. Und das haben wir gemacht. Sehr gut. Dann müssen wir hier wieder was abgeben. Und. Hier geht's auf jeden Fall ab. Sehr viele Korn-Dinger. Aber irgendwie bringen die meisten nicht so viel Geld. Weil wir haben auch viele Basic-Dinger. Die müssen wir loswerden irgendwie. Und. Achso. Ich muss den Tower hochklettern. Dann ist da wieder ein Preis. Ein Korn-Ding. So eine Maiskolbe. Genau. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr cool, Leute. Empfehle ich euch mal zu spielen. So, das haben wir gemacht. Wow. Also, lohnt es sich auf jeden Fall mal zu spielen. Wenn es euch nicht gefällt, dann spielt das halt einfach nicht mal weiter. Aber es ist ein ganz cooles Spiel. Und. Ja. Genau. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal zu diesem Death-Deposit-Ding. Und dann kaufen wir uns nochmal dieses Nix-Korn. Und, dass wir halt bessere Maiskolben bekommen. Weil diese Basic-Dinger. Ach, die braucht doch keiner mehr. Oder? 40 pro Sekunde. So pro Sekunde. Ja, ich denke schon, dass es pro Sekunde ist. Und die silberne, Bronze und Gold. Und halt die normalen, ne? Die runden Kugeln. Sollen die Meist-Dinger. Äh, die Dinger die meisten. Man sind diese. Keine Ahnung. Wie es heißt. So, wir können nochmal ein bisschen was abgeben. 1220. Das haben wir. Und dann können wir direkt upgraden. Hier, das haben wir. Gut. Und upgraden. So, wir haben jetzt zwei goldene. Einen silberne. Und einen Basic. Ist ja cool. Dann können wir bald sogar schon ein, ähm, ich glaube. Irgendwie so biler sieht das aus ein bisschen. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht geht das ja schon diesen Part. Also, vielleicht schaffen wir das schon diesen Part. So, ich kaufe mir jetzt 10 per Tick. Habe ich gekauft. Jetzt macht das 50. Genau. Und dann kaufen wir jetzt nächstes wieder Korn-Dinger. Maiskolben. Genau. So, Leute. Wir kaufen uns jetzt fünf neue Maiskolben. Genau. Da sind die und wir graden und ich ab. Wir machen das noch einmal, glaube ich, Apricorn. Oder ich weiß. Mal gucken. Mal gucken. So, Leute. Ich habe ja ein bisschen gesperrt. Ich habe jetzt 3.800 etwa, glaube ich so. Ja, 804. Also 3.804. Das kann ich jetzt zweimal fünf Korn kaufen. Ich glaube, das mache ich jetzt noch einmal. Und dann machen wir Abwärts. Ja. Ähm, ich habe vergessen, was gerade zu filmen. Hier ist jetzt ein Amethyst. Ähm. Eine Amethyst-Erlebung. Ähm. Maiskolbe. Ja, und ich habe jetzt mal 70 dieses Tick-Ding. Oder so, wie es heißt. Genau. Und hier haben wir noch mal ein paar. Kann man das schon upgraden? Ja, kann man auf jeden Fall. Silberbronze und Amethyst haben wir jetzt. Sehr cool auf jeden Fall. Also sehr viel, was man hier bekommt. Hm. Ich würde das wieder auch gleich mal beenden. Naja, das ist jetzt gerade mal. Eben ist angefangen, aber... Also es ging noch nicht so lange das Video, aber... Ist ja nicht so schlimm, würde ich mal sagen, ne? Dafür kommen ja mehr Teile. Das ist doch auch ganz cool. Und ich würde noch ein Mais, ähm... Upgrade vielleicht noch machen. Hier ist einfach ein Ball, der rausgeflogen ist. Hier. Hauen wir mal ein paar Maiskolben und auf dem Tower. Gibt es auch nochmal, ähm... einen Preis, was man... da bekommen kann. Nämlich eine Maiskolbe natürlich wieder, ne? Wie immer. Das springen wir wieder runter. Gut. Dann holen wir wieder die Sachen ein. Dann holen wir die mal. Man bekommt schon viel Geld. Mehr als eben. Aber eben, das war richtig heftig. War alles voller Maiskolben. Da hat man richtig viel bekommen. 2020, dann beende ich das Video. Also, ähm... Also für Spare, dann beende ich das Video, meine ich damit jetzt. Und die Amethyst-Dinger, die bringen auch sehr viel. Ich glaube, 100 irgendwas, 108 stand da, glaube ich. Hab jetzt nicht so richtig geguckt. Aber wir können es das jetzt leisten. So, kann man auch schon upgraden. Okay. Wir haben jetzt zwei Silberne. Aber Leute, ich würde... Das würde erst mal beenden. Wir sehen uns dann irgendein Part wieder. Vielleicht so Part. 16, 17 wird nochmal so ein Teil kommen mit... Popcorn-Simulat. Popcorn-Tekun. Meine ich. Und ja, das hat mir das Video heute gefallen. Das kann ein Like und ein Abo da. Ciao. Kakao.